Was ist Ihnen wichtig? Ehrlichkeit, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit, Erfahrung, Idealismus, Bürgernähe und auch Freie Wähler Liebe Kronacherinnen und Kronacher, bitte gehen Sie am 16. März zur Kommunalwahl. Wählen Sie mich zum Bürgermeister und die Freien Wähler in den Stadtrat, damit sich Kronach auch in Zukunft positiv entwickeln kann. Ihr Wolfgang Bayer-Grosslein